Mehrspieler. Hosten. Weiterspielen. Neues Spiel. Normal. Vier Leute. Starten. Papst ist da. Da bleibt das Holy Männchen auch da. Und der Echse. Und alle sind da. Meine Kinder. Wir werden diese Insel übernehmen. Haben wir jetzt wieder einen Kevin? Ja sicher haben wir wieder einen Kevin. Da ist er. Jetzt wogelst du noch deppert mit deinem Schädel, bis du einbetonierst. Er hat gerade gemeint, ob der wirklich Kevin heißt. Nein, er heißt Kelvin. Aber für mich ist der Kevin. Wie lange fliegt denn der Todl jetzt noch? Wom kann ich eigentlich runterfahren mit ihm? Achso, ich habe noch keinen ausgesucht. Wieso sagt man das keiner? Nehmt ihn! Was, muss ich jetzt auch eine andere nehmen? Du suchst dir da neben dir. Das sind die drei Personen, die du retten sollst. Achso. Ja, Sir. Sorry. Razor, danke für den Follower. Ich schwöre da seit 10 Minuten in der Luft rum und denke, man geht nichts weiter. Der hat gerade einen Speed-Schiss gehabt. Sie haben durch die Scheine durchgeschossen. Jetzt hängt er da. Oh weh. Ey, aber diesmal sind wenigstens nicht wir aus dem Hubschrauber geflogen. Ich sauf gerade an, ja. Kollege, lass dir Kiemen wachsen! Weißt du, anstatt dass du Blut um ein Heli herumschwimmst, bleibst du unterhalb und saufst an! Was ist denn das für Logik? Seppo, danke für den Sub. Seppo, danke für den Sub. Liebe geht raus. Entschuldigung, Herr Uli, er ist gerade reingeschnallt. Ich hätte es schon mitgekriegt. So, Razor, sogar danke für den Sub. Wie ich den Puls mache, Gedankenübertragung. Ich bin der Xavier. Ich gehre eigentlich, eigentlich gehre ich ja zu den Dingen, zu den, äh, jetzt habe ich vergessen, es ist auch X-Men, aber heute bin ich für euch Margray 93 im Stream. Was ist denn mit dir, du Labor-Rotz, Alter? Halt mir die klockenden Schädel, ich trage dich gleich heim, Alter. Super. Kannst du den Schneebrunzer auch zuteilen, oder nicht? Ja, jeder von. Sehr schön. Ich will mich mit ihm nicht ärgern, weil er heißt Kevin, das wird nicht gut ausgehen. Warum laufe ich eigentlich mit der Granaten in der Hand um, und ich kenne mich ja, ich drücke gleich was Falsches. Ja, mach auf, dein scheiß Zip-Dütter, Leute. Und hol raus, dein Hakel. Hakelberry-Finn, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn ich die Handgranaten irgendwie aufgerausten habe. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei dem Spiel. Wirklich? Ja. Was sind das da drüben für Dinger? Wo sind das? Was? Da hängt ja wer. Schau. Die Zöpfelklatscher haben sich wieder aufgearbeitet. Der hat einen ziemlich gleichgültigen Ausdruck. Schildkröten! Ich habe die Schildkröten gerade mit einem Bambi geworfen, und das hat ihr ja nicht einmal geugt. Warte, das probieren wir noch einmal. Nein, nicht. Halt er jetzt. Wie witzig schaut denn das aus? Alter, das Herz ist sogar geil auch, wie das brutzelt. Ja, also bauen wir uns da jetzt einmal ein kleines Lager her, oder was? Dann baue ich einmal. Was ist eigentlich unsere erste Mission? Was müssen wir als erstes machen, sobald wir ein Lager haben? Ja, hast du das schon durchgelesen? Ich habe noch gar nichts, Alter. Ich kann nicht lesen. Okay. Die haben mich gewollt, um zu denken, äh, zum Lenken und nicht um zu denken, so. Du bist unser Schriftführer und fertig aus, hole ich. Alter, der Kevin, der Hund, der kann sein, Alter. Ist ja auch richtig ex-Fisch. Der Mark Ray sauft, da soll es was, wenn er sein muss. So ist es, da kann ich nichts, Alter. Schaut dann zwar aus wie ein 100-Jähriger, weil es mir ganz normal die Haut zusammenzieht, dass ich auch schon wie genäßische Falten um. Aber ich saufs euch. Das wird ja nicht unser Hauptlager werden. Das ist ja jetzt nur einmal vorübergehend, dass wir irgendeinen Schuh... Alter, was ist denn, Kevin, Alter? Da kannst du auch einmal kosten. Ja, du, Alter, dir kann ich einen Schädel hauen und dir passiert nichts. Da, lauf! Du, Wichskopf. Hab mir vorhin Stamm auf die Birne. Oh, weh. Alter, der Kevin legt sich bald einmal mit den Falschen auf. Bald Betoniere, ich meine, wenn er mir noch einmal einen Baum draufhaut. Ja, wir müssen uns schnell einen Schutz bauen, damit wir auf die Nacht sicher sind und dann werden wir einmal spüren konnten. Durch den Wald laufen und solche Geschichten. Vielleicht einmal eine Machete finden und so. Alter, hat mir der jetzt schon wieder einen Baum draufgehauen? Alter, komm wir in Kevin wegschicken, weil sie uns da schlagen gehen. Alter, ich meine, ich... Wo ist er? Wo ist er jetzt, der kleine Wichser? Was ist dein scheiß Problem, Alter? Du scheiß Analphabet, du Geschissener, Alter. Da, wie ist das, wenn man die ganze Zeit einen scheiß Baum an die Birne kriegt? Du Lutscher, du Angeschissener! Und jetzt verpiss dich! Jetzt hat er mir dreimal einen Baum auf dich fressen gehabt, der Wichser, Alter. Da krieg ich Aggressionen! Geh weg, geht's! Ich schwör, ich hau nieder. Ja, setz dich hin, ist gescheiter, Alter, tu nix. Ja, Alter, sogar die NPCs in dem Spiel mögen mich nicht. Wie wird das erst, wenn die Kannibalen kommen? Unser eigener Kevin will mich schon umbringen. Ich hau mein Holz, ich hau mein Holz, ich hau mein Holz. Die Ohren haben sie, glaube ich, wirklich noch nicht implementiert. Super, das Einzige, was wirklich... Was hilft mir an die ganze Mauer, wenn ich dann so eine Lippen drin hab, was durchlaufen können, die halbdepperten? Was hast du da? Alter, Kevin! Das weißt du jetzt, das weißt jetzt du, Exi, das hab ich jetzt gesehen. Hey, guck mal, wo ist die? Hol ihn, dann weißt du es du! Verhorchst's mir die ganze Zeit, ich drück euch gleich alle aus wie ein alter Tipperl. Dann weißt du halt, der Kevin, da kriegst du einen Baum am Kopf, Alter. Wir haben bald keinen Kevin mehr, wenn ich mit ihm fertig bin. Hau, wenn er mir eine Uhr mal einen Baum drauf hat, dann friss ihn, ganz einfach. Jo, wer, was, jetzt reicht's, Alter. Papst, bleibst du euch jetzt da. Jetzt hab ich's gesehen, jetzt hab ich's gesehen. Alter, das gibt's nicht, dass wir die ganze Zeit... Hör auf, wir die ganze Zeit mit Holz zu bewerfen! Exi, ich schwör, ich hab den Beobachtung, Alter. Ich schwör, ich trau dich heim. Spiel dich ja nicht, Alter. Spiel dich ja nicht. Die weint von mir jetzt! Lachen du es da, wie einer von den Kannibalen. Exi, du kleiner Wichs, Alter. Jetzt lauf, jetzt schau, dass du mit dir gehinkst. Jetzt schau, dass du mit dir gehinkst. Schau, dass du am besten zu den Kannibalen laufst. Weil die werden gnädiger mit dir sein als wie ich. Komm her, du kleiner Arsch. Da, grad rein in die Höhle, Alter. Da gehörst du hin. Da, hast du noch einen Baum am Schädel. Geh rein und bleib drin, Alter. Das sind deine Hartgenossen. Es geht ja nur einmal darum, dass wir nicht in der ersten Nacht schon aufgerausnet werden. Ich meine, wir sind zu viert. Ich schätze mal, das wird jetzt nicht von Anfang an gleich früh rund, gell. In der ersten Nacht kommt einmal die dreibeinige Prinzessin. Sehr geil, der gefällt mir. Ist das der vom 1. Teil? Nein, die darfst du nicht angreifen. Die darf ich nicht angreifen? Nein, die wird schnuppern an uns nur. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde ihn gleich auspacken und ja nicht waschen, damit sie was zu riechen hat. Hey, da ist ein Puppen. Da ist sie. Komm her. Oh, du gefällst mir. Bleibst du da jetzt? Hey, komm her, Puppe. Hey, 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 ich hab was mit. Hey, ich hab ein Schwammerl in der Hause. Komm, komm her. Mädchen, lauf doch nicht weg. Ich bin ja hinter... Puppe, nicht. Du bist die einzige Frau auf der Insel. Ich bin einsam. Bleibst du da. Mädel, lauf nicht so schnell. Hey, wo reinste denn? Ich tu dir ja nix. Ich hab einen Lutscher. Jetzt bleibst du da. Komm, Mädel, hey. Hi. Und ihr so? Soll ich, darf ich die Hockey noch ausschauen? Oder mag ich das nicht? Ich frage, ob es draufsteht, die Große. Ich glaube nicht. Aber sie schauen ja auch. Ich hab ihr ja gerade die Hockey... Oh, da schaut sie euch die Dämpfer. Komm her. Pupp, 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 pupp. Also die Puppen hat mir auf jeden Fall gefallen. Also ich hoffe, die kommt noch einmal. Schaut, der Seppi und der Peppi. Die haben sich gut verstanden, bevor sie kribiert sind. Da liegt bei mir kein Saal. Junge Mann. Ja. Links von den Skeletten. Ich bin alt, okay? Ich bin Gandalf der Graue, Alter. Was willst du denn? Schau mal, ich bin ein Boardfahrer an. Da ist der Tour, wenn man lang auf I draufbleibt, dann hält der Renn nicht den Rucksack in der Luft. Den, den, was du da rechts rum hast, den kannst du ausrüsten. Ja, hab ich gefragt. Und wenn der ausgerüstet ist, dann ist er schnell zu griffen. Und wenn du ein Rufzeichen zum Beispiel... Ja, stirb leise, bitte. Ja, ist er jetzt ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Er ist ausgerüstet. Mit den Sachen, die da jetzt drauf sind. Einschalten? Was ist das da? Was gehört da einschalten? Oha! Für die Nacht ist auch nicht schlecht. Da gehört sogar die Farbe. Alter! Huuu! Gefällt mir! Ich habe Hunger, Leute. Ich bin aber verhungern. Habt ihr hier keinen Hunger? Wir essen schon die ganze Zeit. Ja, Alter, was frisst du denn Sand? Nein, Muscheln zum Beispiel. Da sind wieder Fegel, die wir brauchen können. Was für Muscheln, Alter? Austern. Das ist ein Stein. Was sind da Austern? Ey, du verarscht mich doch. Hey, du bist ein... Was tut man mit deinem Hai eigentlich? Nichts. Das war ein Hai. Das war doch kein Killerwahl. Und der Thunfisch ist bei dir wahrscheinlich ein Pferd. Wieso ist es bei mir als Nachzeichen? Wieso blinkt das? Weil du müde bist. Wie kann ich jetzt schon wieder müde sein? Das ist, wenn man permanent die Bartendepper drufen hat und umeinander rennt, dann wird man schnell müde. Ja, aber doch nicht in fünf Minuten, das Spiel verarscht mir. Fries. Hm, geil. Ja, ja. Wo war da die Gabel jetzt eigentlich? Du hast da bei Zaunraub. Da ist ein Rufzeichen. Da fahr ich einfach um mich drüber um den Zeiger. Achso, ja. Und dafür brauche... Was brauche ich für ein Stecken? Jetzt steht dort, du sollst dir eine Blätterrüstung bauen. Dafür brauche ich Blätter. Hast du das gewusst? Und was schützt mich das? Oder vor Zeckenbissen? Oder vor den Kannibalen schützt mich das sicher nicht. Was brauche ich? Handgefertigter Sperr. Was? Ein Messersaal? Messer? Klebebandl. Klebebandl. Alter, ich habe einen handgefertigten Sperr. Jawohl, zeig was du kaufst. Böpfein. So, jetzt gehen wir um mich. Dann machen wir das Logo fertig. Und dann gehen wir in die Höhle. Auf geht's, Kinder. Taut uns mal was für euch ein Geld. Nein, nein, mach mal dein GPS-Gerät da. Weil der Hund will mir Sachen von mir. Wo ist denn das schon wieder? Ist nur, dass ich das gleiche kläre. Ja. Das ist das Feuerzeug. M. Das ist der Rutsch. Ich kann das ja nicht. So ist es. Ja, und jetzt? Du hast Markierungen. Einmal das was zu Blank. Das ist da oben. Ja, ja, sehe ich schon. Dort fängt man einfach besondere Sachen ab und zu. Okay. Und das was, das I, das Umgrade, also das Rufzeichen, nennst du, wie es du willst, ist egal. Mhm. Dort fängt man eben die GPS-Sender und meistens Waffen, Gegenstände, die man halt braucht. Dann bringt es ja eigentlich noch nichts. Oder wenn wir in die Höhle reingangen, gehen wir mal zuerst die Markierungen an, oder? Aber vor allem, lass uns einmal schlafen. Weil. Wieso will der schon wieder schlafen? Weil ich müde bin. Ich bin alt. Ja, hat irgendeins, wie ein Kevin gesagt, dass er keine Höhle mehr sammeln braucht? Ich glaube nicht. Wieso? Der sammelt unendlich. Ja, passt ja. Dann können wir gleich hochbauen. Dann können wir auch kein Thrust bauen, oder? So, Kinder. Wir können jetzt von mir aus gehen. Ich bin schon wieder durstet. Gehen wir weiter. Ihr seid so witzig. Also, ich glaube, da bist du heute nicht im Rekord. Also, für dich haben wir heute kein Foto. Das glaube ich auch, ja? Hey! Foto! Was? Was ist jetzt passiert? Scheiße, ha? Habe ich euch heimgedreht? Ja, da sind sie, ey! Servus, Klausi! Komm her! Komm her! Komm her, Alter! Komm! Heute gibt es Schnitzern! Heute gibt es, alter, alter Kannibalen-Schnitzern! Pass auf, Leute! Ich bin dran. Was ist? Ich bin das Überrücken! So, hier liegt eine tote Leiche. Ja, lebendige Leiche habe ich noch nicht aufgesehen, aber ja, verstehe ich. Hast du schon gesehen? Das sind Zombies. Das habe ich in Holly heute auch schon erklärt. Was habe ich da jetzt mit einem Rufzeichen für eine Uhr aufgelappt? Was ist die Uhr aufgelappt? Ja, was kann ich? Hier geht die auch aufgelappt. Du kannst die GPS-Markierung ersetzen. Was suchen wir als nächstes? Wir laufen einfach zum nächsten Rufzeichen. Wir haben ja Zeit. Wer schreit denn, dass er treppt, Alter? Das sind die Reh, die du in den Hupen hast. Die Rehe, ja, genau. Sind sie schon drinnen? Warte, ich komme auch. Lass mich raten, da drinnen wird es so finster sein wie mein Arschloch. Wieder raus. Was? Wieder raus? Wieso schon wieder raus? Ich will auch was looten. Da liegt ein Flaschen. Was ist das? Sauerstoff. Mir gefällt es da drin, heimisch. Ob es da Zentralheizung gibt? Fernwärme oder Gas? Was gibt es hier? Hallo! War das jetzt wieder ein Hall angenehmer? Ich glaube, der ist hingefallen. Ich glaube, der ist von da oben runtergehofft und mit den Schädeln gegen den Starr eingelatscht, Alter. Ich will ja nicht sagen, aber so einen asymmetrischen Arsch habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Schaut euch die Arschbocken an, Alter. Ich habe mich gerade aufgespießt. Was ist denn mit dem passiert? Ah, jetzt sind sie wieder groß. So gefällt er mir schon besser. Jetzt kannst du liegen bleiben. Was kommt denn schon wieder? Die Gertrude? Ja, sehr fein. Da liegt er. Schnell halten in der Hand und tu so. Vielleicht fürchten sie sich dann. Also bis jetzt halten sie die Kannibalen ja noch frühen Grenzen. Erstens kommen sie maximal zu zweit und zweitens sind sie reine Scheißer. Was jetzt geht's? Was ist denn da jetzt da drin? Die Hölle ist aber nicht einzeichnet gewesen. Ich glaube, zum grünen Punkt. Also, der grüne Punkt. Oder wir sind in einem scheiß Labor. Das ist ein 3D-Drucker. Ja, Alter, schnell. Ein Fipsi. Das ist echt ein 3D-Drucker. Was ist das für ein Buch? Alter, da kriegen wir da wenigstens einen Bogen angreifen, wenn du schon. Eigentlich ein super Ort für eine Basis. Du hast da noch keinen Bogen gemacht. Nein, wie kann man den schöner machen? Du kannst lernen. Ah nein, du kannst drucken. Was kannst du drucken? Drucken. Und wo hast du drucken? Ich habe erst ein paar Rissen mitgenommen. Also so eine Art. Was, da kannst du Pfeile drucken? Wie gestört ist denn das? Ja, aber wie hast du das ausgewählt dazu? Alex, danke für den Prime. Was er drucken soll? Sollten wir zum Beispiel einen Dreckflaschen? Darf ich mal? Nein, darfst du noch nicht. Ich habe den außerdem schon aufgewählt mit meinem... Da hat wieder jemand aufgewählt. Er hat sich nur darum streiten, Alter. Ich hocke euch einfach alle nieder und dann kann ich auch. Hand gemachter Bogen. Zwei Stöcke, Seil und Klebeband. Ja, warum sagt man, dass es nicht gleich wäre? Was ist Seil? Was ist Seil? Ich habe keine... Was sind meine Seine? Ah ja. Die Musi, wenn er was macht, Alter. Völlig wie bei... Wer wird Millionär, Alter? Darf ich jetzt auch mal was drucken? Ich wollte gerade einen Schlitten machen, dass die Flüssigkeit in dich vor ist, dass der Drucker in den Auffährt. Darf ich jetzt auch eine Trinkflasche haben? Ja, dann schau ich doch mal auf die Trinkflasche. Ja, wie geht denn? Wie benutze ich den jetzt schon wieder? Leichter, was du hast denn, du Daudel? Ich bin einfach komplett überfordert. Den schwarzen Koffer oben. Ja, und kann man den jetzt benutzen, die selber druckten Pfeile, oder gehen die auch nicht? Nein, da brauchst du keinen Komponpunkt. Ah ja, es geht eh. Was retten ihr immer? Ja, gehen wir mal weiter jetzt da in deiner Höhle, oder? Alter, wirklich, mit euch macht das Spiel keinen Spaß. Wir stehen hier durchbohren. Mit dem hier rummachen, nix. Reden wir nicht darüber, was da ist, oder sonst was. Ja, was ist denn das da auf der Decken überhaupt, Alter? Werden da sein Ejakulat verteilt? Aber da kommen wir nicht weiter, gell? Nein. Was kann ich mit der Maske machen? Ja, ich hab die Pfeile hier in der Ecke aufgenommen. Ja, ja. Kann ich die auch sehen? Ich kriege mal einen Strafalter, überhaupt was auswählen kannst. Wo ist mein Maske jetzt, hey? Ich hab's. Wuhu, 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 Wuhu. Brauchst du dich? Wuhu, Wuhu. Brauchst du dich? Wuhu. Nein, das hast du noch nicht gesehen. Was habe ich noch nicht gesehen? Meine Rigottheiten. Ach so, jetzt schau ich aus wie ein Karstband. aber Holly, weißt du, was ich dir schon immer mal sagen wollte? Holi, 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 Holii, Holii! Ah, jetzt habe ich auch ein Wully, Wully, Wuh gemacht, und zwar trunct. Das hat sich aber komisch verkürzt. Das ist normal, das ist, das ist, das ist. Der war nicht mehr gesund. Alter, Holly, du schaust so aus, wenn du das heuchst, das wird es gerade auch nicht rauchen. Du noch mal. So, haben wir heute noch ein bisschen Action? Ah, oder wie schaut das aus? Das wird ja bald langweilig, das Spiel. Ja, dann gehen wir da rein, ne? Dann schauen wir mal, was da Interessantes drin gibt. Ich komm wieder das Letzte rein, ist eh klar. Ich will ja nichts sagen. Alter, was liegt denn da alles Fleisch herum? Warum schalte ich das nicht ein? Jawohl, es leuchtet ja eh. Einfach ganz viel Scheiße eingeladen. Ich geh mal davon aus, dass wir da hin bald einmal fein Kontakt haben werden. Ich seh sogar was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei, vier Leute. Alter, wer hört sich da an wie ein verschissener Trompetenkäfer? Oh, oh. Drei, vier Leute, das sind wohl ein paar mehr. Alter, der hat gerade Schnee gebrannt. Was machen wir mit euch? Was machen wir mit euch? Wollt ihr das bekämpfen? Ja. Ja, dann gehen wir es auch an. Kommt her, ihr kleiner Arschlöcher. Kommt her, ist genug Makro für euch alle da. Ich geh ins Menü, ich Todl. Kommt her. Jawohl, 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 jawohl. Das war's für dich. Erst hab ich niedergeschnetzelt. Alter, das sind ja überhaupt keine Mission. Die machst du ja auch für einen Fisch. Das war's. Alter, das Wasser ist so laut in der Öle, da wirst du wirklich geteppert. Da liegt jemand. Was haben wir denn da schon wieder? Ist natürlich wieder nix auf Deutsch. Oh ja, das ist das, was wir suchen. Wir suchen ihn zur Schleim-Battle-Tanks da rein. Alle hier sind ... Das war's. Das hat ... Was? Jetzt steht der noch immer, ob du ein bisschenhibert. Bleib liegen jetzt! Bleib liegen jetzt, hab ich doch gesagt. Das war's ... Alter! Alter, was war denn das jetzt da? Das hört sich nicht so gesund an. Ach du heilige Sch... Was ist das? Das schaut aus wie ein Problemfall. Das schaut aus wie wenn... Oh, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste eine Lösung. Warte, ich mache die Granate. Das waren zu viele Granaten. Super. Das war einmal eine fleischgewordene Blockade. Also mir gefällt es darin. Ich gehe mal vor. Okay. Leute, komm nicht rein. Wir unterhalten uns kurz. Entschuldigung, der wollte nicht viel rein mit mir. Hallo. 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 Was läufst du in meiner Kamera? Lass dich aufschnetzeln. Alter, der hat keine Augen, Alter. Da ist der Nächste. Wo ist er jetzt hingegrennt, der Depperte? Da. Komm her einmal. Wo ist er jetzt hin? So. Ja. Oh, 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 oh. Was ist denn das? Alter, ich will nichts sagen, Alter. Das schaut aus wie ein Ent ausgegangen, Alter. Schau dir eben an. Alter, der hat einen Finger. Ja. Ja, ganz gut. Ja. Ja. Bist du denn für eine hässliche Hock gefressen, Alter? Können wir da irgendwann miteinander wegfressen? Ja. 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 Du hab keine Firebase gekämpft. Ja. Ich bin einfach schatrin. Glänzelt. Neaf. Ja, mal vas. Ich früh fühle mich, Alter. Hä? Ich fühle dich. Dahil zu ejercenмен. Du bist eins ви. Es ist wel guter Issa. Du bist bei dir gesagt. Hors. Kannst du schon mal was. Und wie ist die Frage. Dann gehen wir weiter. haber gesagt. Meine Damen und Herren. Neuer kommt wieder runter. Pass auf, Papst. Ich bin auch hier, Ueda. Ich liege am Baum. Der Papst zieht euch auf. Ja, super, danke. Ist er schon hier? Noch nicht. Können wir jetzt gleichzeitig flücken? Ja, wartet Solle. Ich kann nicht halten, aber jetzt. Habt ihr Solle? Ja. Zwei. Drei. Alter, das ist richtig eklig. Aber dafür ist jetzt der Kadaver auch fast weg. Einer ist noch da. Hat jemand im Pfahlfeuer mal eingesteckt? Nein. Wieso hat er jetzt? Ich glaube, da vorne ist schon der Nächste, oder? Was ist hier? Alter, was ist denn das wieder? Wieder so ein großes Ding, was so ein Bild verspürt hat. Ja, und was tut der gerade da, Alter? Spürt der gerade ab? Schaut euch den Drecks aus. Ach du Scheiße. Äh. 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 Achtung. Das Ding ist da oben. Ja, ja, aber was ist mit den Babys? Wah, schaust du hässlich aus. Komm her, du kleiner Scheißer. Komm her! Wo läufst du denn hin? Wie? Mei, triffst du ihn bitte? Ey, ich erwischt den kleiner Dreck, Gerd. Ja, ich da. Und die anderen sind weg. Hast du den komplett zerrissen? Gibt's da jetzt nicht mehr... Da ist ja eh bei mir! Was ist denn noch? Kommt her! Wo läufst du nicht? Wo läufst du? Warte mal. Ja, ich könnte auch, Papst. Nee. Doch, jetzt. Eins, zwei, drei. Drei. Es ist so ekelhaft, was wir da machen. Ich hock ihn links zu einem Eck. Ah, da läuft der eins. Nee. Was bin ich? Entschuldigung. Aber das Baby hinter dir nicht. Das hat dich angesprungen. Also. Wartet, ich muss schon wieder... Ich muss mich heilen. Ey, ich hab die Babys gefunden. Die Höhle ist auf jeden Fall witzig zum Erkunden, muss ich sagen. Nein! Ihr schlaft da auch alle gut. Aber ich muss sagen, die Leichen lassen sich eigentlich relativ unverstümmelt zurück. Da bin ich schlimmere Bilder gewohnt eigentlich. Von... Einzertal. Ich mein, ja, ein paar haben's aufgehängt, Alter. Wäre Weihnachtsbeleichterung, aber das war's dann auch schon. Muss ich da um mich? Hier? Hier. Und hier ist ein Koffer. Guck mal. Oha! Geil! Jetzt sind wir schon durch, oder? Hier! Tschüss! Ich weiß nicht, was wirариterUST. Voller zum... Ja, das war's dann hier. Zhit mir. Schوب. Ich bah sondern gewohnt deine Kosten vielmeiligen. Die Gelächterung. Die R Hondill ist ja soimumig. Bis jetzt. Vielen Dank.